hallo herzlich willkommen ich bin der simtex wookie und ich zeige euch den erfolg fahrerflucht modern warfare natürlich ist ja klar und das ganze ist auf der xbox one dazu muss man für den erfolg fahrerflucht muss man zwei oder mehr gegner ausschalten mit einem explodierenden auto einfach hier die maur ziemlich weit und schnell vorstürmen bevor die gegner da sind und dann schutz suchen vor dem heli und rechts ist ein lkw andere seite kollege und wenn man den es gleich kaputt macht dann da werden wir dahinter wenn die leute gespawnt und dann kriegst du eigentlich ganz schnell den erfolg mit den zwei oder mehr gegner da kommt der gleich das ist die karte auf der flucht und der erfolg heißt fahrerflucht ich hoffe es hilft euch ein bisschen weil es fast die einzigste stelle ist wo man zwei oder mehr gegner mit einem explodierenden auto kriegt deswegen auch veteran das sind die spawn punkte oder die gegner mehr dann geht das eigentlich ganz leicht also ich wünsche euch noch viel spaß haut rein euer wookie